Also mit der Stunde von Bianca sind bis zu 100 kmh Spitzen angesagt. Ich glaube, dass ich meinst an, wenn es wirklich so ist. Aber es ist zumindest so, dass das Auto gescheit wahr geht. Schaut mal vorne aus, es hat gerade kurz gescheit. Aber es geht uns ja nicht an. Tschüss, tschüss, tschüss. Unsere Kites sind da. So, halb drei ist, wir starten in Stockerau. Schauen wir mal, was uns erwartet. Schön. Juhu, tschüss. Juhu, tschüss. Juhu, tschüss. Jetzt fahren wir mal hinzu, ob der Wind gehen sollte. Juhu, tschüss. 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 Und bei fast völliger Windstille trudel wir langsam, andaukenderweise in Richtung City Beach Club. Man hätte nicht gedacht, dass man die Strecke so viel andauken musste, die man eigentlich nicht andauken wollte. Vielen Dank.